In nur vier Wochen hat sich das neue Corona-Virus auf vier Kontinenten ausgebreitet Solche Infektionswelle ist so etwas wie eine Naturkatastrophe Corona-Virus 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 Die Schule sagt nicht zu wegen Corona Alles ist zu Seiten geht's nicht zu wegen Corona Jeder macht halt zu wegen Corona Alle zusammen Hachee Corona-Drip Hachee Corona-Drip Johnny ist alles egal, deshalb pack die Politiker, manipulier nur Wurst Er postet auf Instagram nur noch Verschwörungen gegen den Staat und Regierung Er sagt hier macht man Panik und lenkt damit ab von den Türken, Italien und Griechen Wir sind alles nur Schafe, die folgen, Köpfe sind leer wie Regale bei Lidl Mein Bruder, die Karos, wollte mit Homies auf Urlaub einen Monat nach China Doch dann war Chaos, fuhr ich zum Flughafen, aber es flog kein Flieger Auf, jetzt sitzt er zu Hause, will mir ein Video drehen und bereitet einen Plan vor Ich bin nicht schadenfroh, aber ich freu mich, denn jetzt hat er Zeit für den Job Wenn der Virus so krass wie sie sagen ist, sag worauf warten wir, holen wir ihn Selbst die Frau an der Kasse trägt jetzt eine Maske, wie früher mein Homie, sieh doch Sieh, mein Onkel ist harter, will nicht mehr arbeiten, hat jeden Monat Minus Er ist in Quarantäne, für ihn ist es Baba, er feiert Corona-Virus Die Schule sagt dir zu wegen Corona, alles ist zu Leuten geht's nicht gut wegen Corona, jeder macht halt zu wegen Corona Alle zusammen, yeah Hachi, Corona-Drip, Hachi, Corona-Drip Gib mir mehr, gib mir Desinfektionsmittel Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir Desinfektionsmittel Gib mir, gib mir, gib mir, yeah Auch wenn es gefährlich ist, wenn man mal ehrlich ist, was ist mit hungernden Kinder? An Lungenproblemen zu sterben ist krass, aber findet ihr Hunger nicht schlimmer? Anders sogar, der Chef in der Firma geht auf einmal wieder, die Klinken putzen Gibi, was für Wüsten, Schnupfen, Opa, sag mir, trinken kurz Hachi vom Dorf, hätt auch gern mal besoffen nach Haus auf seinem Motorrad Gib Gas, Sicherheitsgründen hat er jetzt im Keller, nen Desinfektionsvorrat Kommst du, Schule, der Pause, im Job und zu Hause, Louis Vistore oder Floma Yeah, wohin man auch geht, alle reden von Corona, Corona, Corona Brudi, mein Chef schickte mich rein wegen Corona Weißt, was es heißt? Ich hab erstmal frei wegen Corona Freunde, komm vorbei wegen Corona Kommst du, kommst du, Corona Party schreckt wegen Corona Yeah, yeah, yeah Ich suche es halt nicht zu wegen Corona Alles ist zu Leuten geht's nicht gut wegen Corona Jeder macht halt zu wegen Corona Alle zusammen Yeah Hachi, Corona Drip Hachi, Corona Drip In Deutschland wird Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen Also das Entscheidende ist gar nicht, wie viel sich infizieren Sondern das Entscheidende ist, wie lange das dauert Bruder